Die Benediktiner und die Benediktinerinnen sind Orden vor allem der römisch-katholischen Kirche. Sie leben nach der Ordensregel des heiligen Benedikt von Nursia. Benedikt von Nursia lebte im 5. und 6. Jahrhundert in Italien. Zunächst als Einsiedler in den Bergen. Nach und nach begann er, andere fromme Männer in seine Lebensweise einzuführen. Er gründete mehrere kleine Klöster, hatte aber auch mit Schwierigkeiten und Rückschlägen zu kämpfen. Im Jahr 529 gründete er sein letztes Kloster, Monte Cassino. Der Monte Cassino ist ein Berg, 150 Kilometer südöstlich von Rom. Das Kloster gilt als Mutterkloster der Benediktiner. Benedikt führte die Gemeinschaft und schrieb seine berühmte Regula Benedicti. In 73 Kapiteln regelt sie den Alltag im Kloster, die Gebete und weitere Grundsätze. Benedikt war bei der einheimischen Bevölkerung beliebt. Er half den Menschen in Notzeiten. Heute befolgen Benediktiner immer noch seine Regeln. Der Grundsatz des Ordens ist ora et labora et lege, lateinisch für bete und arbeite und lies. Benediktinerabteien sind zwar oft zu regionalen Verbänden, sogenannten Kongregationen, zusammengeschlossen. Jede Abtei ist aber sehr eigenständig. Die Benediktiner tragen hinter ihrem Ordensnamen die Abkürzung USB für Ordo Sancti Benedicti. Die Klöster von Benediktinerinnen gehen auf die heilige Scholastica zurück. Sie war die Zwillingsschwester des heiligen Benedikt von Nursia. Weltweit gibt es etwa 8000 Benediktiner Mönche und 16.000 Benediktinerinnen. In Deutschland gehören 34 Männer und 27 Frauenklöster zum Benediktinerorden.